Diese schreckliche Krankheit ist eine Überforderung für alle Beteiligten. For every hope that dies, another one takes its place. Doch für jede Hoffnung, die starb, kam eine neue hinzu. Sei es die Nachricht, dass es jetzt einen Biomarker gibt von Ron David. Die Forschung der Open Medicine Foundation oder auch der Dokumentarfilm Unrest, der Wellen geschragen hat in der ME-CFS-Community und der Öffentlichkeit. Das Medieninteresse nimmt von Jahr zu Jahr zu. Immer mehr Journalisten...